So, Leute, willkommen zurück zu Kirby Streamland 3 und wir machen gleich nochmal Eds Kotz Level Nummer 1 Ja, ist bei mir jetzt das Eds Kotz Level Och, ich hasse es I hate you Ja, wie soll ich... Na komm Ja, das ist... Das ist ja noch nicht das Schwere Weil hier geht es ja noch einigermaßen langsam Was heißt einigermaßen? Hier geht es langsam Ja, komm Och, ihr regt mich gerade so auf Nein, verpiss dich, verpiss dich Ja, so haben wir den auch noch... Ey, leckt mich doch, leckt mich doch, ihr Spasten Ja, der kommt mir immer noch hinterher Danke, dass du schön explodiert bist Ey, ich hasse diese, ich hasse sie So, jetzt müsste hier, glaube ich, der Ausgang kommen Irgendwo Aber er kann doch bestimmt noch mal irgendwo ein Verarscher Nein So, bab-bab Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum So, wo, was ist hier? ich glaube sie ich glaube sie oder er hieß kuckoo ich weiß es nicht doch leck dich doch zu sparen kennen hey damit kann ich die kaputt machen und vor allem ich kann mir rick immer wiederholen und die feuerfähigkeit auch ich mag dieses level jetzt schon nicht du 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 kuckoo ich denke immer noch weg keine ahnung warum ist auch egal du bist für mich rick so jetzt gehen wir hier im unternehmen party ouch aber wir sind ja jetzt mal was heißt leben durchgekommen ich bin ja auch gestorben so einfach hier durch zu kommen ja stirb du kommst mal hier runter danke so und einmal hier so ich weiß dass das hier verarsche ist denkst du ich bin doof ich hasse es ich hasse es jetzt schon weil ich jetzt schon wieder über zweit hinten bin ja ich habe keine ahnung wie ich das machen soll so oder was jetzt bin ich wieder ich sehe nichts hallo ich hasse es oh danke 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 Samus Samus Hallo Samus ich hab's geschafft sonst hätte ich das jetzt nochmal machen müssen ey eine Maske Kochri 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 jetzt soll ich ja mein Freund Kuckoo kommen Kuckoo komm her ja und Kuckoo gab es auch erst seit Kirby Stream Man 3 Kirby Stream Man 2 war ja mit ähm Rick also zum Hamster ähm mit diesem Fisch und der Eule ich hab ihren Namen jetzt schon wieder vergessen aber ich hab im Kirby Wiki nachgesucht deswegen weil es hat mich wirklich interessiert Rick 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 äh Kuckoo natürlich Kuckoo 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 komm her komm her ja Kuckoo yeah Kuckoo ich hab ich liebe diesen ich liebe ihn auf diesem auf diesem auf diesem Schirm ich liebe ihn so sehr yeah hüpf hüpf doch das ist ja auch sehr nett so so dann so so das erstmal alles hier kaputt machen so 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 oh oh nein nein nicht sterben nicht sterben Rick wir sind jetzt soweit gekommen wir dürfen jetzt nicht sterben jay puh hoffentlich kommt ja kein Zwischenboss ey was Fischi 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 ach 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 leck mich doch leck ach nein nein oh scrollt das oh scrollt warum auch nicht nein 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 ich schaff wirklich nicht jetzt grad irgendwie nicht viel wenn ich das mal so sagen darf ja komm hat mir alles schon so yay hat mir ach komm her du bist eh unnütz ich hasse diesen wenn man nicht mit zwei Spielern spielt ist dieser ist Vieh total unnütz weil es einfach nur Scheiße baut es zerstört einem die ganzen HP wenn man es mal holen möchte dann sagt er ist ich bin dort ja ihr Sprungfehler die ganze Zeit so Iceman so jetzt will ich erstmal kucken so was können die was kann er oh mein Gott was ist jetzt los ach Toll, jetzt habe ich diesen grünen, blauen Arsch wieder an der Backe. Yay! 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 Wie so eine Rakete. Yay! Yay! Ach, Fick. Antivir. Dankeschön, Antivir. So. Hallo, bewege dich. Danke. Ey, der springt immer da runter, hallo. Danke, dass ihr mir... Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt so laggt. So, komm. Ich bin so doof. Hallo? Was leckt denn hier jetzt so gerade... Boah. So. Ähm, ja. Ich hole mir jetzt noch Kuckuck und ein Eisding und dann wollte ich mal sagen, das war's. Für heute zumindest. Ach, jetzt weiß ich... Ach, jetzt weiß ich... Anti... Ich hasse... Ich hasse... Dich, Antivir. Ich hasse dich so sehr. Es hat sich gerade wieder geöffnet. Also... Das ist doch manchmal Kriegskotzen. Ich versuche jetzt noch so weit wie möglich zu kommen. Yay! Und... Antivir. Wenn es so weitergeht, hat unsere Freundschaft bald ein Ende. Also unsere Freundschaft hat ja schon nach Starving ein Ende. Weil ich hätte dieses Vieh ruhig besiegen können. Aber nein, du warst ja da an meiner Stelle und hast einfach gesagt, ne, 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 ne. Ach, leck dich, du. Oh, leck dich. Ich bin so doof. Mann. Oh, ich... Ich überschätze hier noch durch. Ich lasse mich von den Dinosaurs nicht ablenken. Ja. Oder ich töte mich. Komm. Töte mich. Achso, ja. Ich kann mich auch einfach hier... Yay! Ich feucht fröhlich in die Abgrund... In die Abgrund werfen. Okay, Leute, das war's für heute. Mit einem Game OVOX Screen. Wir haben wieder ein Level geschafft, was total viel ist. Und jetzt... Langsam bahnt sich die unkonzentriert halt an. Ich merks. Ich merks wirklich. Aber... Ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Also, wir sehen uns morgen wieder mit... Neuer Energie vielleicht. Bis dann. Ciao.